Äh, so, ähm, ein bisschen lauter vielleicht. Ah, schon besser. So, wenn nicht, auch wieder springen wir mit Mario und Luigi, Superstar-Saga. Und ja, wo waren wir? Ähm, dass das flüssiger läuft? Also, es scheint so, flüssiger zu laufen. Fast weg. Oh, zwei Barone. We, what the f... Ich bin gerettet, gestatten Graf Bonn, der äh, der äh, der hiesige Hausherr. Und ich bin sein Bruder, Graf Bonn DJ. Zwar selbst am Gestalten hatten uns in den Fass getränkt. Ihr habt uns gerettet, oder? Irgendwas, äh, hoho, fassen wir also zusammen. Die Uriteite sind hinter den Kurve-Extremherr, die wir nur noch mal versteckt. Und ihr wollt auch die Kurve-Extrem-Finder? Hm? Aber niemand weiß, wo der legendäre Witzmann wirklich existiert, selbst wir. Wir haben noch nie, Kurve-Extrem, noch nie getrunken worden, auch nur gesehen. Ein innerer Wald ist, das ist immer so breit, ey. Ein heiliges Sankt, 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 Potter, Sanktuarium. Der Weg dort hinten ist beschwerlich. Hm, what? Ich spreng auf eure Gegner? Ihr zerschlackt Felsenkamer, um den Weg durch den Wald zu erschießen? Nun, wir beide kennen die Tücken des tiefen Waldes. Ich habe, Helge, meine Zweifel, ob eure Kompetenzen wirklich genügen. Äh, Brüderchen, vielleicht mit ihren Hämmern. Hm, ehrlich gesagt, diesen Gesang hatte ich auch. Einen Moment. Wohin des Weges? Ach, da komme ich doch hoch, oder? Ach, ja. Geld, 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 Geld. Boah, also... Geld, Geld. Oh, so viel verdammt. Da oben schellig zu sein. Und... Oh, also wir mussten uns eben kurz besprechen. Da ihr uns gerecht habt, bringen wir euch zum Dank zweier Harmeraktion... Oh, oh. In diesem Aktion werden bei... Hier haben wir ein Schotter von der Grenadion überlegt. Mit diesem Wert werden sie in den Wald sein. Wollt ihr auch noch dazu... Ja, du... Wenn hier warst, seid. Stimmt. Kommt mir eh kein Weg vorbei. Einen Moment mal grad. So, ähm... Schön. Ich hab grad meinen Kopf auf den Tisch geschlagen, weil ich diese Tutorialmusik wieder gehört. Nun Grinder, zeig mir deinen Hammer. Boah. Diesen Hammer. Drück ins Nix. Einmal tief Luft holen. Ja, dann ist Mario böse auf uns. Schränk den Hammer auch umfang einer, die darf das Walzen am Schlag geschmeidig zu. Drück die Prozedur, wird man den Zwerg und passt durch jedes... Wow. In dieser Größe erlebt man so manche kleinen Armen. Ja, übertreib'n. Über dreimal Schlag macht sich schumpfung. Okay, nicht. Aha. Wie im Wahlleben. Wenn ich... Ich sag's mal... Einen Nagel ins Brett halte. Einen Hammer drauf haue. Und den mit einem Schlag versenke. Da ist der drin. Sobald ich dann nochmal drauf haue, ist der wieder draußen. Super. Theorie. Schon beim ersten Mal beherrschen die Waldenergie mit dem geschmeidigen Schlag. Nun gut. Und jetzt zurück von meinem Long. Äh. Ach ja. Extra Land. Du bist ein Natural Land. Gut. Und jetzt sag mir nochmal, roter Freund. Das ist zweideutig, ey. Ja, das ist... Wie er ist abgefuckt? Ich... Ich... Ah, ja, okay. Ja, okay, ich haue ihn in den Boden. Super. Ja, es interessiert mich nicht. Ich kann das alles selber aus... Finden. Ja, ist mir scheißegal, was du da warst. Fantastisch. Ja, ich hasse... Verwendet die gelernte Aktionen um... Ich... Zerkeche. Ist diese beiden Kristallgestellen kostbarer? Das ist das Wunder vom Boden, ja. Ihr ganz passt zu euren beiden, da ihr die Amazon bereitet. Wo am Wetter her? Ich finde die zwei Kelch... Eigentlich... Ja, das ist weggemacht. Einfach, weil ich hasse Tutorial. Hä? Hier ist doch nichts. Ach, da oben vielleicht? Hm, roter Kelch. Ne, ich kann... Warte mal. Ja, das kann ich aber. Hier, da ist er. Da habe ich ihn doch. Da ist er zwei holen, ne? Hm. Ja, da... Hä? Aha! Mich auch. Ach so, ja okay. Ja okay, ich verstehe. Ich verschlabe ich. Ja, grüner Kelch und auch... Interessiert mich nicht. Da können wir eh nichts drauf suppeln. So. Bringen wir sie mal zurück. Ja, der rote und der grüne Kelch. Hm. Ihr habt beide Kelch... Flüss. Ja, die Hammer, also nicht jetzt perfekt beherrscht. Können wir euch nichts mehr reinbringen. Oh. One Battle, betritt nur den Wald und das Elektrin. Ja, dieses komische Zeug. Das ist ja Covent, extra. Hm. Hier ist nichts. Hier was? Ah ne, hier kamen wir her. Äh. Ach ne, hier unten waren wir noch nicht. Und da sind wir schon wieder im Wald. Und diese Musik gefällt mir schon nicht. Ach. Was war das? Was ist das? Äh. Ah, du. Oh. Ah, ja, okay. Das ist leicht durchzuschauen. Aber... Was sind das für Dinger? Ah. Ah, yes. Okay, ähm. Die Dinger begreife ich halbwegs. Aber... Ach, komm schon, AKP. So. Mir wärst du auch entwurzelt, sozusagen. Ja, und du weißt auch einmal aus. Aber dann kommt Mario und... Oh, 31 Schaden. Und Glünsche Level 10. Oh. Nice. Nice. Ja, komm. Äh, ne. Komm. Mehr Schaden ist immer gut. Oh, drei mehr Schaden. Nice. Luigi, nice. Was machst du fabulös? Jetzt fang ich schon an wie die. Ähm, ja. Ein Hammer. Hä? Geh. Ein Pilz. Und eine Röhre. Hä? Hä? Warte mal. Ach so. Oh. Oh. Und hier. Muss ich mal wieder. Nägel mit Kä... So. Dass du nicht in der Lage bist. Selbst hier hinzukommen. Schön weggegangen gehen. Was haben wir hier? Ah. Was haben wir hier? Hallo. Ein Knopf. Hm. Oh, hier ist auch was. Oh. Ein Pilz. Ein Sirup. Und noch ein Sirup. Oh. Ziemlich mickrig. Und wenn ich jetzt wüsste, wie ich hier rauskomme... Ach, geht's doch. Ach, da oben geht's auch weiter. Dann gehen wir mal hier oben lang. Oh, es lohnt sich doch eigentlich. In der Frischschwurz. Hä? Ah ne, haben wir schon mal... Dann wird's jetzt... Hier wohl weitergehen. Stellst du ganz so aus. Mit einem Rätsel. Aber mit diesem Rätsel verabschiede ich mich erst mal. Whee! Und sage... Ich hoffe, der Bad hat euch gefallen, natürlich. Ich sage mal nix. Nein. Kann zwar wieder ein bisschen Tutorial, aber... Scheiße einen drauf. Ich hoffe, der Bad hat euch gefallen. Ja, es hat eine Leistungskont. Ich versuche das nächste Zeit auf... Ich werde auch gleich noch ein Info-Menü oder so. Keine Ahnung, was... Das werde ich alles im Weitere erfahren und so. Und von daher... Muss ich erst mal sagen... Ich verabschiede mich... Erst für das Erste. Ich hoffe, der Bad hat euch gefallen. Ah, nicht zu viel gefallen. Nein, Scherz. Ich hoffe, der Bad... Na, nächstes Mal sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt... Mario & Luigi Superstar Saga. Bis dahin, ich werde euch auch mal sehen. Masala Vista, Baby. Bis dahin, ich werde euch auch mal sehen. Bis dahin, ich werde euch auch mal sehen. Bis dahin, ich werde euch allen Weg laufen. Bis dahin, ich werde euch auch mal sehen. Sixte mal sehen. Tschüss. Chega rein. Marie Álina. wondered b Untertitelung des ZDF, 2020